Halli hallo, Guzua am Start und guckt mal hier Ja, da ist es Mein Shirt ist gekommen, das ging aber von der Versandzeit her richtig schnell Das passt also offiziell sozusagen ein Clash of Clans-Member, der das auch nach außen trägt Nein, ich habe dieses Ding nicht gesponsert bekommen Kann man ganz normal kaufen, ich hatte das ja schon mal in dem Video erwähnt Bestellung T-Shirts, aber wie gesagt, das ging so ein bisschen auseinander Deswegen habe ich da nicht wirklich eine Sammelbestellung gemacht Und weil der Verkäufer mir da auch nicht wirklich entgegen kam Wenn ihr, wenn ich es nicht vergesse, haue ich den Link dazu einfach nochmal rein Dass ihr da eventuell auch bestellen könnt, wenn ihr das möchtet Der hatte nämlich gerade wieder eine Rabattaktion und da habe ich dann zugeschlagen So, ja wie gesagt, soviel zum Thema Merchandise Man hätte jetzt sagen können, oh yeah, man kann damit ja richtig viel Kohle machen Und da habe ich keinen Bock drauf Fertig Ganz einfache Sache Klar will ich Geld verdienen, ich will sogar sehr viel Geld verdienen, aber wie gesagt Nicht euers So Ich bin beim Tobi mit drin, beim Tobias SpiritHawk und KevGoAround Und Jan51 Sind ja alles YouTuber Und ich dachte mir, ah ja, Update wird ja jetzt nun bald kommen Ich denke mal, beziehungsweise ich hoffe, dass es heute kommt Ich habe es jetzt 11.36 Uhr am Montag Und ich bin schon zuversichtlich, dass das heute sogar noch kommt Und dann wäre das natürlich ziemlich nice Das heißt, dann könnte man nämlich gleich zeigen Wie es den, in Anführungsstrichen, großen Spielern geht Den High-Level-Spielern Wie es aussieht mit Was wird gleich zuerst geabt und so weiter und so fort Wisst ihr ja selber Ist ja immer eine nette Story Und ich meine, wie soll man es besser zeigen Als mit einem Maxed-Out Townhall 10 Da habe ich auch schon gefragt Na, wie sieht es denn aus? Was wollte er denn machen und wie auch immer Und dann hieß es eben von einigen Stellen Naja, erstmal wird es wohl gleich das Townhall sein Was man dann halt zeitlich gleich jammt Dass man da gleich Townhall 11 ist Und dann passt das Und ich nutze halt einfach die Zeit Also erstens, klar, ich bin mit meinem Arbeitszeug erstmal im Vormittagsbereich durch Und ich nutze die Zeit halt noch Wenn das Update heute wirklich kommen sollte Wird dann nachher das Farmen ein bisschen schwerer Also das Pokifarmen ein bisschen schwerer sein Und deswegen denke ich mir gut Okay, die Rathäuser, die jetzt noch draußen sind Die nehme ich einfach mit Und dann passt das Und ja, so viel dazu Und dann werde ich Beziehungsweise wurde ich natürlich gleich angesprochen Gleich von mehreren Die da eben im Klaren auch YouTube-mäßig unterwegs sind Und wurde gleich angesprochen Oh, hier, wie sieht es aus? Challenge, Challenge, Challenge Ja, ich denke mal, ich hätte auch wieder Bock auf eine Challenge Also von daher passt das Meine Truppen sind kampfbereit Das sehe ich bereits Weil ich mit meinen Truppen gerade übel am Start bin Aber es habe da nicht gesehen Beziehungsweise hat mein Handy wieder mal nicht geschnitten So Apropos Handy Ja, da muss auch irgendwann mal wieder was Neues kommen Aber eigentlich Eigentlich nur Nur ein Vertrags-Upgrade Update Wie auch immer Weil ich damit nicht mehr zufrieden bin So Auch nett Also vom Loot her Wäre sowas natürlich echt cool Aber sowas würde ich mir auch Angriffstechnisch nicht so wirklich zutrauen Obwohl, ich meine, ich muss mal gucken Wie ich dann weitermache Ich werde mal Erst mal Loons und Minions ausprobieren Und dann Zusätzlich halt noch Logischerweise den Lava-Hund Aber da bin ich noch ein bisschen Unschlüssig Auf jeden Fall Das ist noch nicht so ganz Der Weisheit letzter Schuss Oder Schluss Oder wie auch immer Oh Mann Ich mache mal hier mein Handy leise Jetzt gibt es wieder Mecker Wollen wir nicht Ja, 12 Kessel Habe ich mittlerweile Auf meinem großen Account Also das läuft auch Und ihr hört gerade Also es ist halt eben So ein bisschen Ein Real Talk Wie es halt momentan Bei mir so aussieht Jetzt habe ich schon Mittlerweile die Die ganzen Sachen Mit Also sprich Ich hatte mir ja die Listen gemacht Mit Hier Badabim Badabum Sowas hier Und die habe ich mittlerweile Ja immer so Auf den Stapel gelegt Gehabt Konnte man nicht Wirklich so reingucken Und jetzt habe ich die Wirklich alle Vor mir ausgebreitet Und ich werde mir da Eventuell noch eine Kleinere Übersicht machen Dass man da noch ein bisschen Besser dabei ist Dass man wirklich sagen kann Gut, okay Ein A4 Blatt Und da habe ich Alle special Informations Dazu Drin Jo, hier haben wir Wieder ein Townhold Draußen Ich gehe mal vorsichtig Mit den Barbs rein Und dann setze ich mal Wieder Archer Hinterher Und dann Sollte das Eine softe Nummer werden Queen ist noch lange Nicht fertig Also ich glaube Da sind es noch Drei Tage Finde ich natürlich Auch nicht so schön Aber Da habe ich doch Glatt einen Anruf bekommen So Weiter geht's Ne, also wie gesagt Wo war ich stehen geblieben Ich glaube ja Im Bereich Pokis Halt noch Farm Dass ich dann noch Ein bisschen höher komme Mittlerweile kommen halt Die ganzen Fragen Oh Weißt du wann das Update Rauskommt Weißt du wann es rauskommt Also ich würde auch sagen Dass das jetzt Also ich sage mal In ein, zwei Stunden Würde ich einfach tippen Sollte das rauskommen Hey das ist auch nice Das ist auch nice Könnte ich da eventuell Ich überlege gerade Ob ich da wirklich Meine Loons verwende Und den Alleine schon wegen Dem Gold halt Einmal komplett weg mache Ich glaube ja Ich probiere es hier mal Mit Boogies Außerhalb der Range Vom Minenwerfer Ja genau Einmal frei Dann haben wir da nämlich Schon ein bisschen Was gekonnt Und dann Sollten wir das Auf der Reihe kriegen Ich gucke mal gerade Was wir hier Mit den neuen Loons Machen können Ich denke mal So wenig Sollte das auch nicht sein Die sollten bestimmt Auch ein bisschen was können So Aha ich Ich gucke mal was Also Luftbombe brauche ich jetzt nicht Keine Angst vor haben Klar Da wird nichts mehr passieren So und dann gucken wir mal Das war Genau wenn der Minenwerfer weg ist Dass ich hier wenigstens Hier schön Alles weg habe Ja okay Das war es dann auch schon Okay dafür hätte ich jetzt nicht Wirklich die Loons gebraucht Aber Umso weniger Verballere ich An den anderen Truppen Also von daher Ist das schon in Ordnung Gibt definitiv Schlimmeres So Gucken wir mal Hier nochmal Einmal lang gezogen Und Achso ja klar Ich muss natürlich mit dem King Noch reingehen Weil Der King muss natürlich Das Rathaus noch überzeugen Eventuell einfach mal so Down zu gehen Und das wäre natürlich Eine ganz nice Nummer Jetzt gucken wir mal Was wir hier gespendet Gekriegt haben Ja cool Ein paar Luckys Läuft auf jeden Fall Und Dann Gucken wir mal Ich würde mal fast sagen Ah okay Wenn der King da jetzt rauf geht Habe ich den jetzt einfach geraged Einfach wirklich Um durch die Mauer Durchzukommen gleich Ohne jetzt Wer weiß wie viel Zeit da In Anspruch zu nehmen Und dann sollte das passen Hier Ja genau Und dann haben wir gleich Easy Einen Two Star Und klar Ich hatte jetzt nicht Alle Truppen dabei Aber Das ist in Ordnung Das Damit kann ich leben Das passt Ich wollte gerade sagen Wo ist mein King Ich hätte jetzt Richtig geguckt Wenn es den zerfetzt hätte Also ganz ehrlich Das wäre jetzt Richtig übel gewesen Nee also das passt Auf jeden Fall Hier Klar Der Buggy Turm Der macht ihn ein bisschen Der Buggy Turm auch Aber Das passt Soweit Ich würde gerne noch Die beiden Bohrer Wegnehmen CB brauchen wir Nicht leer machen Da ist nicht wirklich Was drin Also im Kriegs Im Kriegs Gerade vielleicht hat man noch Ein High Level Gameplay Drinnen Schauen wir mal iPhone 8000 Haut raus Okay Kann man natürlich auch Mal Ich hätte jetzt gedacht Hiermit Wer weiß was Aber Aber mit Bar Mit Parch Aber wie gesagt Soweit habe ich ja Jetzt zumindest Im Bereich Kristall Ja auch So gefarmt Und ich sag mal Mit 40er Helden Ist das dann Ziemlich nice Ich meine Da kann man natürlich Dann schon einiges Ruppen Warum sind die Barbaren Ah ok Ich habe die Ich habe die Queen gerade nicht gesehen Ich dachte mir Hä warum rennen die Barbaren Erstmal schön an den Minionsammlern vorbei Wie kommt denn das Aber ich meine Der Loot ist natürlich Echt epic Auf jeden Fall Und Hier wird richtig Richtig gut Äh Werden hier richtig gut Schläge verteilt Auf jeden Fall Ja Das sollte hier Auf jeden Fall noch passen Genau Richtig schön Weggezogen Der Rest wurde Dann nicht mehr Sieht man von der Zeit her Da waren ihm dann Die Helden einfach zu schade Aber ich meine Er hat komplett genullt Easy going Auf jeden Fall Mal gucken Ob wir hier Ich hätte gerne noch mal So ein So ein richtig schön So Ja genau Kleinen Moment Also Hier ein Hock Zum locken Würde ich denken Aber Lasst uns mal überlegen Er hat die CB schon gedroppt Mal gucken Also wie gesagt Da bin ich Echt Ein totaler No Hand Da müsst ihr mich Wirklich entschuldigen Für mein Absolutes Nichts können Aber umso Interessanter Ist es natürlich Auch für mich Zu gucken Wie Funktioniert das Jetzt Klar Freeze Den kann ich Natürlich noch Gar nicht setzen Aber der war Auch Ah ok Ich hab Ey ich hab die Infernos Nicht gesehen Sonst hätte ich Nämlich gesagt Du Das war Nicht so Der Knüller Aber klar logisch Da ist der Inferno Schön Gefreezt worden Beziehungsweise Beide So und wir haben halt Noch komplett Beide Helden Also das ist hier Ganz Ganz locker Drin Das Rathaus Wird da von oben Nochmal weiter Probieren Äh Wir haben sogar noch Die Mauerbrecher Also das ist alles Gechillt Denke ich Ok Also den Den Hock Einfach nur so Just for fun Ok Weiß ich nicht Den hätte ich so Nicht verwendet Aber gut Alter Ärgerlich Ärgerlich So und jetzt halt Wirklich Schön King Queen Und nochmal Schön Gespampt Mit den Luckys Natürlich Ich meine Der Inferno War auf Multi Klar Da kann man was Ruppen Und jetzt hier nochmal Richtig schön Auslassen Am dunklen Genau Richtig So gefällt uns das Ok Ich hätte Ich hätte dann Gar nicht mehr Weiter gemacht Weil die Wahrscheinlichkeit Hier alles Noch wegzuballern Ist ja Unwahrscheinlich Aber ok Hast hier Also nochmal Richtig Alles rausholen Wollen Nett Plus Bonus Nett Ja wie gesagt So wird es dann bei mir Die nächsten paar Tage Wochen Monate Wie auch immer Auch aussehen Mal gucken Was man da so Am Farm Machen kann Dann wird natürlich Auch ganz ganz Interessant sein Wie lange Die Base Überhaupt hält Weil klar In dem oberen Bereich Besonders Jetzt Mit Luft Truppen Halt angegriffen Zu werden Glaube ich Auch nicht Dass das so Wirklich Hält Klar Aber wie gesagt So zum Farben Wirklich Wahr ist Mein Fazit Sozusagen Ist da Wirklich Das kann man Durchaus machen Im Bereich Silber Gold Kristall Ist das Ganz easy Machbar Da hat die Wirklich Gehalten Und Auch mit Mehr Ressourcen Drinnen Also das Passte alles So Jetzt Kriegen wir Noch einen Anruf Und das war's Von Uns Bis dann Und